Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, der 13. Dezember 2016 um 7.51 Uhr. Wie man vielleicht erkennen mag an den Lichtverhältnissen, es ist noch sehr früh. Zudem kommt noch hinzu, dass es draußen ziemlich bewölkt ist. Das heißt der Himmel ist noch mal extra dunkel und eigentlich würde man ja lieber am Bett liegen bleiben und ausschlafen, aber da muss ich noch, naja, zehn Tage warten. Ja, am 23., nee am 24., nee am 23. Am 23. ist mein letzter Arbeitstag dieses Jahr und dann werde ich sehr wahrscheinlich erst mal zwei Wochen Auszeit nehmen und in den zwei Wochen werde ich hoffentlich möglichst oft und viel ausschlafen, aber wie gesagt momentan geht das nicht. Ich bin heute relativ früh rausgekommen. Im Vergleich zu gestern, wo 6.30 Uhr der Wege geklingelt hat, um 8.30 Uhr ich erst aufgestanden bin, habe ich es heute immerhin um 7 geschafft aus dem Bett zu kriechen und jetzt mache ich mich gleich auf den Weg ins Büro. Ich schätze mal so 8.30 Uhr bin ich da spätestens und dann gucken wir mal, was der Tag so mit sich bringt. Heute ist Dienstag, das heißt heute Abend ist nichts weiter angedacht. Ein bisschen Stream wieder wie gestern. Gestern habe ich Age of Empires 2 gespielt mit Jonas zusammen und noch einem Alex aus der Schweiz, der uns zweimal regelrecht zertreten hat, wie kleine Schaben in einer Nobelküche. Keine Ahnung, also der hat irgendwie 1350 Stunden Spielzeit. Das ist Wahnsinn. Das sind irgendwie über 50 Tage am Stück, wenn man das dann in Summe addiert, die er das Spiel gespielt hat und das ist krass, wie der abgeht. Punktemäßig als auch einheitenmäßig, aber er hat schon recht. Er hat uns gestern nach dem Spiel noch gesagt, hier fang mal an mit Tastenkürzeln zu spielen und früher habe ich ja das Spiel geliebt und gezockt wie blöde und war da recht gut, aber mittlerweile zehn Jahre später, man ist nicht mehr 28, sondern 38 und die Tastenkürzel wurden auch geändert. Ja, ist nur ein bisschen langsamer, aber egal, es hat Spaß gemacht und ich glaube, ich werde demnächst mal wieder ein bisschen öfter Age of Empires 2 zocken. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich muss heute mal gleich gucken wegen Sneak Preview Karten, wobei nicht klar ist, ob ich diese Woche gehe, denn Julia kann auf keinen Fall. Die hat ihre Weihnachtsfeier am Donnerstag und ob Timo kann, ist noch nicht ganz klar. Der ist ja ein bisschen erkältet. Den sehe ich heute zwar, aber ob er jetzt Donnerstag dann schon wieder fit ist, ist eine andere Sache. Am Freitag ist eine kleine Weihnachtsfeier bei einem Arbeitskollegen zu Hause. Mal gucken, also ich habe zwar zugesagt, aber so richtig Böcke-Lust habe ich momentan eigentlich nicht. Mal gucken, wie es mir am Freitag geht und ach ja, Donnerstag kommt noch meine Friseuse. Versuch Nummer 3 im Dezember. Wir hatten ja den 1. Dezember eigentlich als Termin, den haben wir beide verpasst. Dann hatten wir jetzt am Samstag den Termin, also am 10. Dezember. Das hat auch nicht geklappt und jetzt gucken wir mal, ob es dann in zwei Tagen am 15. klappt, also am Donnerstag. Drückt mir mal die Daumen, weil die Loden sind langsam schon so lang, dass man da mal wieder eine Schere ansetzen sollte, damit der Kopf wieder leichter wird. Ihr wisst schon, was ich meine. Gut, genug gelabert. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Dienstag und melde mich dann morgen früh Vormittag. Ich hoffe mal früh wieder bei euch. Und wer mag, kann heute Abend ab 19 Uhr wieder einschalten. Da werde ich wieder für drei Stunden bei Twitch Spiele spielen und streamen und reden und mal gucken, was es heute wird. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich weiter mich an Elite Dangerous versuche oder irgendein anderes Spiel. Vielleicht auch mal wieder GTA mit Jermaine. Mal gucken, wie er Zeit und Lust hat. Also dann kommt gut durch den Tag und bis morgen. Ciao.